Musik Aktuell liegen wir auf D9 Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Das bringt dich auf P8. Du bist auf P8 vorgefahren. M.C.Games, Fischkopf. Heiko. Ja, Heiko. Hey, wer brennt denn da? Ja, was macht ihr denn da? Super, noch eine Runde, Leute. Noch eine Runde. Ach, was hat das Taser? Und Schaden. Nimm eine. Ja, das ist noch nie. Jo! 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 Du weißt, dass du die Bremsbonos nach hinten regeln kannst, oder? Dann blockieren deine Vorderräder eventuell nicht mehr. Der Frontflügel ist schwer beschädigt und du hast viel Abtrieb am Wagen verloren. Komm an die Box, dann verpassen wir dir einen neuen Frontflügel. Los, raus mit dir. Wir müssen alle aus dem Tempo sein. Okay, jetzt hast du noch zwei Boxen-Stops. Grüne Flagge, grüne Flagge, das Rennen geht weiter. Steig stärker auf die Bremse in den nächsten paar Kurven. Die Bremse ist zu kalt. Ich will jetzt gleich nicht mehr werden. Ja, sorry. Noch mal, ich wieder. Das ist total schnell. Ich bin wohl auf dem Weg. Es ist total schnell. Ich bin wohl auf dem Weg. Lex ist nicht so bei mir, deswegen ist es so schwierig. Ja, ich glaube, die decken alle im Rahmen. Ja, klingt bei mir gerade auch noch. Man nimmt hier an. Los, los, los! Ich müsste mir nicht am Ende fahren, ich würde jetzt. Okay, alles wieder im grünen Bereich. Zurück auf Renngeschwindigkeit. Was passiert? Jetzt sehe ich hinter mir nicht mehr. Wir haben noch 20 Kilogramm übrig. 20 Kilo. Ja. Die Williams Crew erwartet einen ihrer Farmer, sie stehen draußen in der Boxengasse. Opticshaus von deinem Stoppenzeit. 2-4. Fertig, los jetzt. Mit Zettel verloren. Ich bezahle meine Kurve. Alles gut. Alles gut. Fertig? Wenn wir abwackern würden. Sicher, ich bin gut. Wenn die Aufnahme jetzt nicht da ist. Okay, die ist nicht da.